. 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 Göring, ja, er war korrupt, immer schon. Speyer, ja, ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Ob sich zum Autorisieren behauptet, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschern ein. Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzehnbericht! Sie bleiben, Doktor, bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Ernitz mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangebewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands.